Eine kieferorthopadische Behandlung bietet viele Vorteile, die A1 Viertel BER die reine asthetische Verbesserung hinausgehen. In diesem Video werden wir die verschiedenen Vorteile einer kieferorthopadischen Behandlung genauer betrachten und warum es sich lohnt, sich FA1 Viertel eher eine solche Behandlung zu entscheiden. 1. Verbisert Kiefergesenheit Eine der wichtigsten Vorteile einer kieferorthopadischen Behandlung ist die Verbesserung der Kiefergesundheit. Durch die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen kann ihnen Probleme wie Kiefergelenkschmerzen, Kieferknacken und Zahnabrieb vermieden werden. Eine gerade Zahnstellung erleichtert auch die Mundhygiene und reduziert das Risiko von Karies und Zahnfleischerkrankungen. 2. Bessere Sprachbildung Zahn- und Kieferfehlstellungen kann ihnen auch die Sprachbildung beeintrastigen. Durch eine kieferorthopadische Behandlung kann ihnen Zahnähe und Kiefer so korrigiert werden, dass Sprachprobleme wie Lispeln oder Schwierigkeiten beim Sprechen vermieden werden. Eine bessere Aussprache kann das Selbstbewusstsein und die sozialen F-A-Hickkeiten verbessern. 3. Verbesserte Kau- und Sprechfunktion Eine korrekte Zahn- und Kieferstellung ärmer glicht eine bessere Kau- und Sprechfunktion. Durch die Behebung von Kieferfehlstellungen kann das Kauen erleichtert werden und die Sprechfunktion verbessert werden. Dies kann nicht nur die Lebensqualität verbessern, sondern auch langfristige Probleme wie Zahnabrieb und Kiefergelenkschmerzen vorbeugen. 4. Asthetische Verbesserung Neben den gesundheitlichen Vorteilen bietet eine kieferorthopadische Behandlung auch asthetische Vorteile. Ein Charnais-Laccellen wirkt attraktiv und kann das Selbstbewusstsein steigern. Durch die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen kann das Erscheinungsbild des Gesichts verbessert werden, was zu einem harmonischen und symmetrischen Aussehen FA-1-Viertel-HRT. 5. Verhinderung von weiteren Komplikationen Unbehandelte Zahn- und Kieferfehlstellungen kann ihn zu weiteren Komplikationen FA-1-Viertel-Renn, einschlieeilich Zahnabbau, Kiefergelenkschmerzen und Schlafapnoe. Eine kieferorthopadische Behandlung kann diese Probleme verhindern und langfristige Komplikationen vermeiden. Indem Probleme frau-1-Viertel-Zeitig erkannt und behandelt werden, kann die Notwendigkeit invasiverer und kostspieligerer Behandlungen in der Zukunft vermieden werden. 6. Verbesserung der Lebensqualität Eine kieferorthopadische Behandlung kann die Lebensqualität erheblich verbessern. Durch die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen kann ihn Alltagsaufgaben wie Essen und Sprechen erleichtert werden. Ein Charnais-Laccellen kann das Selbstbewusstsein steigern und zu einer positiveren Einstellung gegen eine 1 Viertel BER dem Leben FA-1-Viertler-Renn. 7. Langfristige Ergebnisse Die Vorteile einer kieferorthopadischen Behandlung sind langfristig. Durch die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen kann ihn langfristige Probleme vermieden und die Lebensqualität verbessert werden. Mit regelmereigen Nachuntersuchungen und einer guten Mundhygiene kann ihn die Ergebnisse dauerhaft erhalten bleiben. Eine kieferorthopadische Behandlung bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die A1 Viertel BER die rein asthetische Verbesserung hinausgehen. Durch die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen kann ihn Kiefergesundheit, Sprachbildung, Kau- und Sprechfunktion, asthetische Verbesserung, Verhinderung von weiteren Komplikationen, Verbesserung der Lebensqualität und langfristige Ergebnisse erzielt werden. Es lohnt sich daher, sich FA1 Viertler eine kieferorthopadische Behandlung zu entscheiden, um die gesundheitlichen und asthetischen Vorteile zu nutzen.